ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer gamecollector heute gibt es mal wieder ein filme unboxing was ich euch gerne vorstellen möchte und zwar ist ein steelbook von studio channel erschienen oder studio kanal oder sandal egal wie man es ausspricht auf jeden fall in 4k einen westernfilm aus den 70er jahren sehr umstrittener western und zwar das wiegenlied vom totschlag oder zu englisch soldier blue hier im 4k's ebook erschienen der film ist komplett restauriert ich habe den film natürlich schon gesehen richtig geiler film war zur damaligen zeit wirklich sehr umstritten da geht es nämlich um ein indianer massaker dass die armee praktisch anrichtet soll ja angeblich nach einer wahren begebenheit sein ja ich würde sagen wir fangen mal an wir packen das ist die book aus und gucken uns das ganze mal an ich habe ja nämlich schon was entdeckt denn wir haben nämlich hier eine schöne prägung mit an bord das log ich mir das ist schon mal richtig klasse mir so eine feder so schaut das ganze aus es ist ein glänzendes die book da haben wir hier einmal den schuber hier steht es noch mal drauf film geht 115 minuten die kavallerie macht eben dieses massaker weil zuvor glaube ich dieser stamm ebenfalls irgendwie ein dorf überfallen hat von praktisch von irgendwelchen bauern so wir haben hier einmal die prägung haben wir so eine feder abgebildet hintergrund die armee hier der englische schriftzug hier das backmotiv gesagt es ist ein glänzendes die book haben hier einen sehr schönen übergang könnt ihr gerne mal auf euch wirken lassen innendruck bin ich mal gespannt wie der ausschaut die discs sind leider sehr nüchternd die sind völlig gleich und dann haben wir hier zumindest das indianer dorf so schaut das ganze im innendruck aus ja kann man machen schaut nicht schlecht aus ich hoffe ich darf den namen indianer überhaupt noch aussprechen den namen da war doch mal irgendwas mit winitou in die indianer klingt glaube ich angeblich schon rassistisch angeblich nicht dass youtube das video sperrt weil es rassistisch ist könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr nach wie vor den den satz indianer noch aussprechen dürft ja einfach mal so nebenbei am rande ja wie gesagt ein sehr schönes die book mal wieder mit prägung hat man schon lange nicht mehr gesehen so schaut das ganze aus hier im schuber muss sagen studio channel die haben in letzter zeit haben die wirklich sehr schönes die books veröffentlicht wie gesagt schreibt es mal in die kommentare wie euch das die book gefällt ob ihr den film schon mal gesehen habt das würde mich interessieren da würde ich sagen sind wir mit dem video durch und wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo und nicht vergessen die gucke zu aktivieren und wir hören und sehen uns dann zum nächsten video also macht's gut ciao